Würde ich dann erfahren, ob du schon mal verliebt warst? Aber nur, wenn du mit mir ausgehst. Wenn ich rauskriege, dass du Maxi was von der Audition erzählt hast, lernst du mich kennen, Natalia. Ich hab versprochen, dass wir morgen ins Studio gehen und uns vorstellen bei Gregorio als Fausta und Roxy. Was? Der einzige Grund, weswegen ich wieder in Buenos Aires bin, ist Violetta. Ja, das ist wirklich klar. Ich frage sie, wie viel Zeit haben sie noch vor, an der Seite eines Mannes zu verbringen, den sie nicht lieben? Denken Sie darüber nach! Ich verlasse die Band. Ich will nicht mehr zu den Rockbones gehören. Überlegen Sie gut. Ganz ruhig. Es klappt garantiert. Wenn das so weitergeht, wird das mit uns nicht funktionieren. Warte. Willst du damit sagen, dass wir nicht zusammenziehen sollten? Was heißt das, du hast noch Gefühle für mich, Sabra? Ja, Camille, ich weiß, ich hätte dir das früher sagen sollen, aber ich war mir selbst nicht sicher über meine Gefühle. Ich dachte, das mit uns ist vorbei, doch dann haben wir uns wieder gesehen, Camille. Wir singen zusammen und da ist mir klar geworden, dass ich immer noch Gefühle für dich habe, Camille.